Adipositas-Behandlung von der Ernährung bis zur Abnehmenspritze. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Was macht eigentlich Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, mit unserem Körper? Warum werden wir immer dicker, obwohl wir uns vornehmen, abzunehmen? Und was passiert eigentlich alles wirklich in unserem Körper, wenn wir eine Adipositas-OP mit uns machen lassen oder wenn wir eine Abnehmenspritze nehmen? Darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Ulrich Frank Pape, er ist Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Gastroenterologie an der Asklepios-Klinik St. Georg und er beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Nochmal vorweg, eine Definition. Was ist genau Adipositas? Das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich ist das erstmal über das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße definiert, über den Broca-Index oder BMI, Body Mass Index. Und ein Body Mass Index größer 25 wird schon als Übergewicht klassifiziert. Da finden sich viele drin. Größer 30 als geringgradige Adipositas, größer 35 als mittelgradig und größer 40 als hochgradige Adipositas. Was aber eigentlich, glaube ich, ist Adipositas bedeutet, dass die Fettzellen im Körper mit mehr Speicherfett beladen sind und dass es mehr Fettzellen im Körper gibt. Und das ist das, was dann eigentlich zu mehr Körpergewicht führt. Das ist eigentlich erstmal ganz banal. Ist das einfach, ist das eine schlechte Angewohnheit oder ist das eine Krankheit? Ich glaube, wir kommen immer mehr dazu und verstehen immer mehr, dass es eigentlich eine Krankheit ist. Das heißt, es ist ein Zustand, der sich schwer von alleine und ohne gezielte Maßnahmen beheben lässt. Und ganz bestimmt ist es keine Einstellungssache im Sinne von schlechter Disziplin oder gar dissozialem Verhalten. Warum? Weil wir sehr früh in unserer psychosozialen Entwicklung im Kindesalter, vielleicht sogar schon in Teilen in Utero, also im Mutterleib, konditioniert werden auf die Ernährungsversorgung. Das macht ja Sinn, den heranwachsenden Organismus auf Ernährung zu konditionieren und einzustimmen. Und das frühe Gehirn ist ja das lernbereiteste Gehirn, das wir haben. Unser beider Gehirn ist ja schon ein bisschen träger geworden. Und die Kinder lernen eben sehr früh, insbesondere im Kleinkindalter. Und dort wird sozusagen beigebracht und vermittelt, wie Ernährung läuft. Und das Gehirn darauf konditioniert. Und wir leben in einer Zeit, in der wir mit sehr vielen Nahrungsmitteln versorgt sind. Und gleichzeitig der Verbrauch, der Energieverbrauch im Alltag deutlich geringer ist, als das vielleicht früher war. Oder gar in der Steinzeit, als wir noch vor dem Säbelzahnzieger davonlaufen mussten und das Mammut jagen. Und das führt dann eben dazu, dass es zu einer Dysbalance kommt zwischen Energieversorgung und Energieverbrauch. Und der Körper speichert die überschüssige Energie, die er nicht verbraucht. Und das legt er im Fettgewebe ab. Und so kommt es dann zum Übergewicht. Ja, und es ist ja glaube ich auch so, dass mehr Fett mehr Fett nach sich zieht, oder? Ich glaube, da passieren ja auch Dinge, die sich unserem Willen entziehen. Im Grunde? Hormone? Das ist völlig richtig. Das ist durch sehr viele Mechanismen reguliert. Das Fettgewebe ist einer der Player in diesem Wechselspiel. Der Magen-Darm-Trakt, dort wo die Nahrung aufgenommen und verstoffwechselt wird, ist der zweite Player. Und der dritte wesentliche Player ist das Gehirn, das sozusagen die Nahrungsaufnahme reguliert. Und dann eben auch die beiden anderen Organsysteme, Fettgewebe und Magen-Darm-Trakt reguliert. Wir verstehen ja das Fettgewebe immer mehr als eigenständiges Organ, mit sogar Subgruppen von Organen und Subtypen von Zellen. Und da passiert ganz viel in der Überversorgung. Mit Fettgewebe, es werden Botenstoffe freigesetzt, sowohl Hormone als auch Entzündungsbotenstoffe, die dann eben auch Einfluss nehmen auf den Stoffwechsel und den Stoffwechsel umpolen, sodass sozusagen der Abbaustoffwechsel, der Katabole-Stoffwechsel, der dann auch Fett verbrauchen würde, sozusagen inhibiert wird und gleichzeitig das Nahrungsverhalten aufrechterhalten wird, obwohl es eigentlich gar nicht sein müsste. Aber der Körper hat gelernt, Hunger zu haben, das ist ganz wichtig, und hat auch verlernt, das Sättigungsgefühl wahrzunehmen. Und dadurch kommt es dann zu einer Art Teufelskreis oder Spirale, die dann dazu führt, dass immer weiter trotz einer Überversorgung kalorienreiche Nahrung zu sich genommen wird und die dann zu einer fortgesetzten Aggravierung des Übergewichts führt. Ja, und genau, und das Übergewicht drückt sich ja nicht nur in Kilos aus, sondern auch in Krankheiten. Also vielleicht sagen Sie uns dann noch einmal, obwohl man hört das ja immer wieder, aber dennoch, Bluthochdruck und so weiter, ist ja ein Thema. Sie spielen jetzt sozusagen an auf die, sagen wir mal, stoffwechselbedingten Cardiovascular Outcome Measures, also kardiovaskuläre Folgeerkrankungen wie eben Diabetes mellitus, der eben ganz besonders zusammen mit dem Übergewicht sich gegenseitig bedingt und aber auch die kardiovaskulären Schäden befeuert sozusagen. Bluthochdruck ist dann der dritte Player im Bunde und auch Fettstoffwechselstörungen, die auch angeboren sind, die beim Gesunden vielleicht keine Rolle spielen, aber beim Übergewicht dann doch stärker ins Gewicht fallen können, die spielen dann auch eine Rolle. Und letzten Endes führt das dann zu beschleunigter Atherosklerose, also Gefäßverkalkung im umgangssprachlichen Sinne, mit dann entsprechendem Risiko, dass sich Blutgefäße verschließen und die dahinter liegenden Organe nicht mehr versorgt werden. Beim Herz kennen wir das als Herzinfarkt, beim Hirn als Schlaganfall. Das gibt es auch als Darminfarkt und gibt es beim Diabetiker besonders in den Beinen, auch als Raucherbeinerkrankung oder als periphere arterielle Verschlusskrankheit zum Beispiel. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, es gibt noch andere Folgeerkrankungen, gerade am Stützapparat, am muskuloskeletalen System. Das ist irgendwie auch eigentlich ganz logisch und selbsterklärend, dass die Knochen stärker belastet werden und dann dazu eben dann auch noch ein verstärkter Gelenkverschleiß kommt und dann eben entsprechende solche Folgeerkrankungen eine Rolle spielen, ob das jetzt Rückenschmerzen sind, ob das Coxarthrose, also Hüftgelenksverschleiß ist oder Kniegelenksverschleiß. All das spielt dann auch eine Rolle und hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten, auf die Agilität im Alltag und natürlich auch auf den Krankenstand. Und dennoch ist der Mensch ja gerne. Und jetzt gibt es ja diese Abnehmenspritzen seit einiger Zeit. Das erscheint ja wie ein Paradies, dass es sie gibt. Wie funktionieren die? Das ist ein ganz spannendes Konzept. Das ist eigentlich ein Konzept, wo wir der Natur aufs Maul geguckt haben, salopp formuliert. Das heißt, wir haben gelernt, dass das körpereigene Hormone sind, die der Magen-Darm-Trakt interessanterweise selber herstellt und mit denen der Magen-Darm-Trakt die Nahrungsaufnahme, also den Verdauungsprozess und den anschließenden Stoffwechsel der aufgenommenen Nahrungsstoffe entsprechend steuert. Und da gibt es eben körpereigene Hormone, die heißen zum Beispiel Glucagon-like Peptide 1, also Glucagon-ähnliches Eiweißbotenstoff Typ 1. Und dann gibt es noch ein anderes Hormon, das heißt GIP. Und das sind so ähnliche Hormone eigentlich wie das Insulin. Die steuern sogar das körpereigene Insulin von dem Darm aus, denn das Insulin kommt ja aus der Bauchspeicheldrüse und regulieren den Zuckerstoffwechsel im Körper. Aber, und das macht auch irgendwie Sinn, sie regulieren eben auch den Appetit. Und wenn man viel aufgenommen hat, dann muss man ja irgendwann auch mal wieder satt sein. Und genau dafür sind die zum Beispiel da. Und wenn Sie die dann als Abnehmenspritze anwenden, dann hat insbesondere dieses Sättigungsgefühl und das Aufrechterhalten des Sättigungsgefühls und das verspätete Wiedereinsitzen eines Hungergefühls da eine ganz wichtige Rolle. Also wir reden ja über zwei Wirkstoffe, Semaglutid, Tertzepatid. Das sind glaube ich so die zwei, um die es zurzeit geht. Und haben die auch Nebenwirkungen? Die Mehrzahl der Nebenwirkungen bedingt sich aus der, sagen wir mal, überdosierten physiologischen Wirkung heraus. Das heißt, Inappetenz ist eine Nebenwirkung, aber sie ist im Grunde genommen die angestrebte Wirkung, die durch die Überdosierung oder durch die hohe Dosierung, die stärker ist als in der normalen Verdauungssituation des jeweils betreffenden Menschen, Menschen, die dadurch sozusagen hervorgerufen wird und Übelkeit und Völlegefühl, sind dann auch durchaus mal Nebenwirkungen, die die Patienten beschreiben. Beim Tertzepatid kann auch mal Neigung zu Unterzucker mit dazukommen, weil es ja eben einen insulinstimulierenden Effekt hat. Im Einzelfall ist das dann zusätzlich zu berücksichtigen. Aber eigentlich insgesamt im Vergleich zu vielen anderen Medikamenten, insbesondere subkutan zu spritzenden Medikamenten, sind die gut verträglich. Das muss man schon sagen. Ja. Wie viel nimmt man damit ab? Kann man das so sagen? Ja, das kommt natürlich ein bisschen auf die Dosierung an. Und es kommt auch auf das Ausgangsgewicht an. Also je schlanker, desto weniger nimmt man ab. Je mehr Übergewicht man mitbringt, desto erfolgreicher nimmt man ab, weil es prozentual ist. Und wir gehen davon aus, dass wir mit den Medikamenten, den GLP-1-Analoge, zwischen 10 und 15 Prozent nachhaltig abnehmen können. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr, insbesondere initial. Bei dem Tier-Zepathit, das jetzt neu zugelassen ist, sozusagen der heißeste Stoff auf dem Markt, sind es wohl bis zu 20 Prozent, die erreichbar sind. Aber, und das darf man nicht vernachlässigen, wenn man das Medikament absetzt, dann besteht das Risiko oder die Chance, je nachdem, wie man draufblickt, dass man eben wieder entsprechend zunimmt. Warum? Weil das Gehirn, unser menschliches Gehirn, das gelernt hat, bestimmte Nahrungsmengen zu sich zu nehmen und auf das Nahrungsangebot, den wir uns tagtäglich ausgesetzt sehen, auch entsprechend zu reagieren. Und dann eben das Ernährungsverhalten wieder häufig zurückkehrt zum Ausgangsniveau. Und dann wird man wieder etwas zunehmen. Also der Appetit nimmt wieder zu. Der Appetit nimmt wieder zu und das Essverhalten mit der, sagen wir mal, relativen Überernährung, also dem Zuführen von mehr Energien, als man tatsächlich fürs tägliche Überleben braucht, der nimmt wieder zu. Und das ist natürlich letztlich die Grundlage von Übergewicht. Ja, genau. Lassen Sie uns über Operationen sprechen. Also wenn man sich zum Beispiel den Magen verkleinern lässt, egal mit welcher Methode, hört sich das hier erstmal so an, na ja, dann passt da weniger rein, darum esse ich auch nicht so viel und nehme dadurch ab. Könnte man ja so sagen. Aber da passiert, glaube ich, noch mehr im Körper, oder? Wenn der Magen umgangen wird oder verkleinert wird? Genau. Also es passieren zwei Grundmechanismen. Das eine ist, dass man den Verdauungsprozess selber einschränkt oder erheblich reduziert. Zum Beispiel die Nahrungsaufnahme. Wenn man den Magen verkleinert, dann fühlt man sich früher satt. Dann tritt etwas früher ein Sättigungsgefühl ein, beziehungsweise zum Beispiel das körpereigene Heißhungerhormon, das Grelin, wird etwas weniger sezerniert. Das hält aber auch nur eine gewisse Zeit an, weil der Körper, getriggert vom Gehirn, sich daran wieder anpasst. Oder anzupassen in der Lage ist. Oder aber man umgeht große Abschnitte des Dünndarms, in dem ein großer Teil oder der größte Teil der Nährstoffaufnahme funktioniert. Und wenn der umgangen wird, dann kann die Nahrung, die vielleicht im Überschuss aufgenommen wird, nicht aufgenommen werden. Im Überschuss zugeführt wird, muss man sagen, korrekterweise. Die kann dann nicht aufgenommen werden und wird dann wieder ausgeschieden mit dem ganz normalen Stuhlgang. Also man wird dann vermehrt Stuhlgang haben oder größere Stuhlgangsportionen, hat dann aber die Energie dann eben entsprechend nicht aufgenommen und sich damit dann relativ was Gutes getan. Ja, genau. Also die Fetthormone gehen zurück. Der Diabetes geht unter Umständen komplett weg. Das ist absolut richtig. Der Diabetes kann weggehen, wenn es sich um die Diabetesform, den bisher als Typ 2 bezeichneten Diabetes handelt, bei dem ein relativer Insulinmangel herrscht, relativ im Verhältnis zum vorhandenen Energiereserven des Körpers, zur vorhandenen Insulinsekretion und zur Nahrungsaufnahme. Das heißt, der Diabetes Typ 2 wird typischerweise durch ein bestimmtes Ausmaß an Übergewicht stimuliert, wo der Körper nicht mehr in der Lage ist, mit dem körpereigenen Insulin den Zucker komplett zu normalisieren. Das sind ja gute Nachrichten, wenn man allein durch die verringerte Nahrungsaufnahme diese Prozesse im Körper wieder zurückdrehen kann. Aber wenn ich mir eine Magen-OP machen lasse, dann hat auch das ja wieder Wirkung auf die Verarbeitung der Nahrungsmittel, die ich esse. Und zwar unter Umständen auch keine schöne Wirkung, oder? Absolut. Es kann einerseits ja bewusst und gezielt zu einer verminderten Nährstoffaufnahme von Kalorienträgern wie Fetten und insbesondere Kohlenhydraten kommen. Aber es kann eben auch zu einer verminderten Aufnahme von anderen Lebensmitteln kommen, also Nährstoffen, die wir zum Leben brauchen. Zum Beispiel Vitamine sind davon ganz besonders betroffen. Vitamin D beispielsweise, das im oberen Dünndarmbereich aufgenommen wird. Oder aber auch Eisenmangel kann entstehen mit der Folge einer Blutarmut durch Eisenmangelanämie. Und es kann eben auch zu Spurenelementdefiziten kommen oder auch zu tatsächlich Eiweißunterversorgung im Extremfall, sodass man tatsächlich Eiweiß ganz bewusst großzügig ernähren soll in solchen Situationen. Und das ist auch nicht nur ein Sollte-Man, sondern ein Muss-Man, oder? Also diese ständige Zuführung nachher von Supplements, also von Zusatzstoffen, Sollte-Man. Muss man, aber muss man dem individuellen Fall angepasst machen. Das heißt, es braucht eine Beratung und eine Adipositas-Therapie, ob mit Medikamenten oder mit einer Operation, bedeutet nicht, dass die Patienten geheilt sind und für immer entlassen werden können, sondern die müssen weiter betreut werden. Und die müssen sich weiter auch mit ihrer Stoffwechseleinstellung ärztlich beraten lassen und auch ernährungstherapeutisch im Zweifelsfall. Ja, eins würde ich da gerne ansprechen, nach so einer Magen-OP, dass das Essen zu schnell dahin plumpst, wo es früher eigentlich viel länger für gebraucht hätte. Genau. Das Dumping-Syndrom, was ist das? Genau, das Dumping-Syndrom entsteht dadurch, dass der Magen verkleinert worden ist oder sogar in großen Teilen ausgeschaltet worden ist. Das kennen wir auch von der Magenoperation, aus Magengeschwürsgründen oder Magenkrebsgründen. Auch da tritt das Dumping-Syndrom auf. Und was passiert ist, dass ein größerer Nahrungsmittelanfall passiert im Verdauungstrakt. Und der kann nicht wie normalerweise im Magen zwischengelagert werden und in kleinen Portionen an den Dünndarm abgegeben werden, sondern der strömt sehr schnell in den Dünndarm ein, entzieht dem Körper dann Flüssigkeit aus dem Kreislauf, weil das dann im Dünndarm verdünnt wird und deshalb das Wasser dorthin einströmt. Dann fehlt es im Blutkreislauf, dann kann einem schwindelig werden, dann kriegt man eine entsprechende Gegenregulation mit raschem Herzschlag oder Schweißausbrüchen. Und es kann sogar mal auch zu Unterzuckerepisoden kommen. Das ist eigentlich auch wieder die physiologische, die natürliche Gegenregulation, die dann aber eben unangenehm ist für die Patienten, vielleicht sogar mal gefährlich sein kann, wenn man bewusstlos wird dabei oder so kollaptisch. Und dann muss man eben zum Beispiel durch kleinere Portionen entsprechend das Nahrungsmittelverhalten daran anpassen. Das hängt aber, wie gesagt, stark davon ab, welchen Operationstyp man sozusagen erhalten hat. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.